Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr bei diesem Infovideo wieder mit dabei seid. Heute geht es um das Thema gefälschte Instagram-Follower. Unternehmen mit falschen Versprechungen. Dies ist quasi die Fortführung und Erweiterung von dem Video aus der letzten Woche. Hier ging es um Social-Media-Kanäle, im Allgemeinen aber auch eher um Instagram. Hier in diesem Video möchte ich euch diesmal ein kleines bisschen weiter aufklären, wie das Ganze so funktioniert. Im Wettbewerb um lukrative Kooperationen und Werbedeals mit Unternehmen ist eine hohe Reichweite offensichtlich erfolgskritisch. Dabei helfen immer mehr Instagram-Nutzer mit gekauften Followern. Aber ist es das wert und welche Risiken sind damit verbunden? Lasst uns diesem Phänomen auf den Grund gehen und mit einem Unternehmen sprechen, das Follower zu einem erschwinglichen Preis anbietet. Influencer-Marketing boomt. Trotz aller Krisenzeichen und entgegen der Befürchtungen rund um die Kennzeichnungspflicht wächst die Branche auch ohne. Medicax ist eine der führenden US-amerikanischen Influencer-Agenturen, hat die Anzahl der gesponserten Instagram-Posts im Jahr 2017 analysiert und geschätzt. Dass Werbetreibende in diesem Jahr etwa eine Milliarde Dollar für Influencer-Marketing ausgegeben haben. Seitdem hat sich die Zahl der getaggten Posts, also mit Hashtags, zum Beispiel Hashtag Ad, Hashtag Sponsored oder Hashtag Sponsor, auf über zwei Millionen verdoppelt. Werbung durch Social-Media-Influencer-Giganten ist eines der am besten wachsenden Marketing-Instrumente. Bis 2020 könnte der Markt bei 5 bis 10 Milliarden Dollar wert sein. Und das ist er tatsächlich sogar auch. Wir haben nun mittlerweile 2022. Der Artikel, den ich mir hierzu für diese Information rausgesucht habe, ist beabsichtigt ein kleines bisschen älter. Und die Zahlen, die hier hochgerechnet wurden, decken sich tatsächlich mit dem, was wir heute auf dem Markt erkennen. Fake it till you're make it. Fast track to fame. Dies ist offensichtlich ein verlockender Kuchen, von dem viele gerne ein Stück essen würden. Die Möglichkeit, mit ihrem Konto Geld zu verdienen oder für ihre Leistungen mit tollen Produkten belohnt zu werden, ist für viele sehr attraktiv. Besonders für diejenigen, für die Instagram nicht mehr nur ein Hobby ist, sondern vielleicht schon zu einer Leidenschaft geworden ist. Die zu all dem Spaß und den positiven Reaktionen viel Mühe und Disziplin hinzugefügt hat. Hier ist ein kleines Problem. Gewinnbringende Kooperationsprojekte können meist nur in einem bestimmten Gebiet durchgeführt werden. Denn viele Unternehmen scheinen nur auf die Anzahl der Follower zu achten. Leider ist das laut Bloggerin Melli Mable nicht nur auf Instagram, sondern auch in der Zusammenarbeit mit Blogs gängige Praxis. Alle Blogger, die sich für das Projekt bewerben und die auf den ersten Blick nicht die entsprechende Followerzahl haben. Tja, Nummer ganz oben auf dem Instagram-Profil. Also diese, ihr wisst, was ich mit Follower meine. Bei YouTube sind es ja die Abonnenten. Und sobald diese Zahlen nicht hoch genug sind, interessiert man sich oftmals nicht für diese Profile. Egal wie viel Klicks die Videos und die Bilder nachher auf dem Profil haben. Leider wird man nicht über Nacht zum Instagram-Star. Die Ansprüche an die Inhalte der Follower sind hoch. Ein erfolgreicher Instagram-Kanal bietet nicht nur schöne leuchtende Bilder, sondern letztlich auch Erlebnisse. Die durch mit den Bildern verbundenen Betrachtende Nähe öffnet Instagram ein Fenster in eine andere Welt, in der man das Lebensgefühl anderer erfahren kann. Diese Erwartungen zu erfüllen ist nicht einfach. Nur wer bereit ist, aus positivem und negativem Feedback zu lernen und sich so an die Bedürfnisse der Instagram-Nutzer anzupassen, kann sich aus der Masse der Account eben oder der vielen Accounts eben auch abheben und Reichweite schaffen. Aber es braucht Zeit. Von einer Long-Tail-Nische zum Star ist es normalerweise ein langer Weg. Das hat immer mehr Instagram-Nutzer dazu verleitet, zum eigenen Erfolg beizutragen und ihre Zahl durch den Kauf von Followern künstlich zu vergrößern. Ähnliche Angebote sind leicht zu finden. Bei den Versprechen der Bieter geht es konkret um die eigene Erfolgshoffnung und die Ungeduld, die entsteht, wenn diese nicht sofort erfüllt wird. Das heißt, die Verkäufer, die werben euch genau damit, eben nicht so lange warten zu müssen, ja, so viele Follower zu bekommen. Also ganz normales, ganz normales organisches Wachstum wird hiermit verhindert. Das heißt, so wie unsere Community hier gewachsen ist, stellen sich das dann Leute, die das eben kaufen, nicht vor. Die Leute, die das eben in Anspruch nehmen, investieren ihr Geld quasi in künstliche Follower. Nun, das fällt allerdings natürlich auch den Zuschauern irgendwann mal auf. Ein amerikanischer Influencer-Konzern, der sich um das Management von Influencern kümmert, hat hier verschiedene Konten ausprobiert. Um genau zu sein, wurden zwei Fake-Konten erstellt von angeblichen Influencern. Hier wurden verschiedene Methoden getestet, um mehr Klicks, mehr Likes und mehr Kommentare zu bekommen. Alles ausnahmslos gebottet. Dass das den Zuschauern ziemlich schnell aufgefallen ist, sollte eigentlich klar sein. Denn wenn man zum Beispiel einen deutschen Account hat mit lauter englischen Leuten, die da auf einmal drunter posten, ist schon ziemlich komisch. Genauso wie wenn die ganzen Follower überhaupt nicht den restlichen Followern vom Profilbild her ähneln. Also man sieht ja bei Instagram nun ganz besonders oft die Profilfotos und meistens ja von knackigen Mädels oder von irgendwelchen strammen Burschen oder Urlaubsbildern. Und wenn hier auf einmal lauter arabische Leute dazwischen sind, ist das natürlich schon ziemlich auffällig, dass das Ganze nicht funktionieren kann. Der Erfolg per Mausklick ist anfällig für Fehler. Eine Schweizer Umfrage aus dem Jahr 2017 zeigt auch, wie vorbereitet der Kauf von Followern mittlerweile ist. Die Redaktion von SRF Data hat 115 Schweizer Instagram-Influencer und ihre 7 Millionen Follower befragt. Das Ergebnis, viele Influencer haben mehr als 50% Fake-Follower. Die meisten haben weniger als 25%. In manchen Fällen übersteigt der Anteil an Fake-Followern sogar 75%. SRF-Daten baten alle untersuchten Influencer um ein Statement. Die meisten Influencer mit einem kleineren Prozentsatz gefälschter Follower konnten nicht erklären, woher diese gefälschten Profile kamen. Und auch das ist tatsächlich normal, dass man Fake-Follower bekommt, obwohl man nichts dafür kann. Oftmals versuchen es die Betrüger einfach mit der Masche, indem sie einem Fake-Follower schon mal im Voraus schenken und dann das Angebot machen. Und euch dann einfach, Bayern zum Beispiel hier wieder bei Instagram, einfach eine Nachricht schreiben, hey, ich hab dir 100 Follower geschenkt, hier mit dem Angebot kannst du noch mehr kaufen. Das Kuriose ist, bei diesem Markt gibt es verschiedene Tricks und Methoden. Die eine Methode funktioniert und es sind wirklich gefakte Accounts. Beziehungsweise die gefakten Accounts sind echte Accounts, also du und ich. Nur mit dem Unterschied, dass dein und mein Konto dafür gehackt wurde. Man treibt damit keinen weiteren Schabernack. Man abonniert nur einfach damit Kanäle. Automatisch per Botsystem. Da sitzt natürlich wie immer kein Mensch dahinter. Einige weisen auf Wellen von Spam-Trackern und gefälschten Bots hin, gegen die sie nichts tun können. Wer hingegen viele Fake-Follower hat, kommentiert kaum etwas. Schließlich hat man natürlich keiner der befragten Influencer öffentlich zugegeben, Follower gekauft zu haben. Laut SRF-Data gibt es keine Möglichkeit festzustellen, wann die gefälschten Tracker kommen und wer für die verantwortlich ist. Gefälschte Tracker kommen hin und wieder automatisch vor. Da kann man sich tatsächlich nicht wirklich gegen wehren. Wie gesagt, das habe ich hier auf YouTube auch schon das ein oder andere Mal gemerkt, dass man den ein oder anderen Tag auf einmal ziemlich viele Follower bekommt, obwohl man damit selbst erstmal nichts zu tun hat. Auch wenn das zum Beispiel ein contentloser Tag ist, wie die Tage, an denen ich nur die Short-Videos hochlade. Das sind so Tage, an denen normalerweise eher weniger neue Abonnenten dazukommen. Ist halt auch ganz normal. Es ist ja nichts Neues auf dem Kanal gelaufen. Aber trotzdem gibt es auf einmal eine steigende Zahl an Abonnenten. Warum das so ist, kann ich euch nicht mal so wirklich genau erklären. Bei Facebook kann man ja nicht kontaktiert, äh, bei Facebook sage ich schon, bei YouTube kann man leider ja auch nicht kontaktiert werden von seinen Zuschauern und dementsprechend bringt das ja auch überhaupt nichts. Es ist aber so. Und das Problem betrifft nun auch diejenigen, die mit organischem Wachstum wirklich zufrieden sind und keine Ahnung haben, Follower zu kaufen oder auch kein Anstreben haben, danach Follower zu kaufen. Denn wenn die Praxis wirklich weit verbreitet ist, wie es scheint, werden diejenigen, die keine gefälschten Follower wollen, möglicherweise außen vor gelassen. Aber die wichtigste Frage ist, lohnt es sich denn wirklich, Follower zu kaufen? Ist der Kauf von Followern sinnvoll, vielleicht sogar nachhaltig? Ob sie nach lukrative Deals suchen, ihr Ego stärken oder einfach nicht abgehängt zu werden wollen, ja, wer weiß das schon genau, warum man diese, ja, warum man Gelder dafür ausgibt. Zumal ja hier auch nicht wirklich sicher ist, ob man dann im Endeffekt wirklich Follower bekommt. Selbst dann nicht, wenn man vorher 100 Follower geschenkt bekommen hat, wie letzte Woche in meinem Infovideo von Wieselmafia erklärt wurde. Nur weil man hier 100 Gratis Follower bekommen hat, heißt es nicht, wenn ich eine Zahlung geleistet habe, dass am Ende dann auch hier wirklich weitere Follower folgen werden. Kosten und Bedingungen. Dies sind Angebote. Dazu ist es wichtig zu wissen, woher die vielen Follower, die man per Mausklick kaufen kann, eigentlich kommen und wie viel sie kosten. Immer wieder liest man von skrupellosen Käufen von Followern, Fans etc. bei einem verdächtigen Dienstleister und dunkleren Machenschaften hinter diesem Geschäft. Deshalb habe ich mich einmal, ja, bei einem Dienstleister umgeschaut und mir die Pakete mal genauer im Detail angesehen. Ein Unternehmen, das folgende Pakete in verschiedenen Größen anbietet, ist die Berliner Social Media Daily. Die günstigste Variante sind 50 Follower für 3,90 Euro. Ja, also mehr ist euer Account tatsächlich nicht wert. Also, ihr seht ja nur ein Fünfzigstel. Die teuersten sind 10.000 Instagram-Follower für 129 Euro. Und der vorgeschlagene ist wohl am lukrativsten mit 1.000 Followern für 90 Euro. Tracker müssen innerhalb von ein bis drei Tagen sicher und diskret geliefert werden. Wann genau und in welchem Set ist noch unklar. Aber nach meinen Recherchen ist das alles ziemlich dubios. In der Regel werden die Accounts von irgendwelchen anderen Nutzern nur geklaut. Also, das heißt, man hackt euer Instagram-Account oder meinetwegen auch TikTok, Instagram und was es da so alles gibt. Und dann abonniert man einfach nur damit Kanäle. Und das natürlich vollkommen automatisch. Die Betrüger, die speichern nur euer Passwort, also euer echtes Passwort, locken sich bei euch ein und fügen dann irgendeinen Abonnenten hinzu. Also, derjenige, der gerade gekauft hat. Das Ganze kann man hier natürlich auch wieder vollkommen automatisieren, ohne dass da ein Mensch hinterstecken muss. Das ist ja eben auch das Schlimme an dieser ganzen Geschichte, dass das heutzutage digital alles automatisch funktioniert. Ein weiterer deutscher Dienstleister ist Social Media Market, also SMM. Oder die Firma LLK in Influencer Marketing UG aus dem beschaulichen Kottweiler Schwaden. Mit rund 130, ne Quatsch, mit 1300 Einwohnern. Sie zahlen 7,20 Euro für 500 Follower. 31 Euro für 50.000 Follower. Und 689 Euro für 100.000 Follower. Alle Preise sind Nento-Preise. Auch hier erworbene Follower-Profile sind international. Genau da liegt auch das Problem, was ich vorhin gesagt habe. Ihr habt normalerweise nur deutsche Follower und auf einmal seht ihr da lauter arabische Menschen als Profilfoto. Das ist natürlich, naja, schon komisch für den Besucher. Und wenn man sich nur Follower und keine Kommentare kauft und auch keine zusätzlichen Likes auf die Bilder, dann fällt das Ganze natürlich irgendwann auf. Wenn ich 10.000 Follower von meinem Profil habe, aber niemand irgendwie meine Bilder und meine Inhalte liked und auch kein Mensch kommentiert. Da muss definitiv irgendwas dann faul sein. Verlust der Glaubwürdigkeit und Kontosperrung. Es steht viel auf dem Spiel. Das habe ich euch ja schon gesagt. Erstmal wissen die Follower irgendwann darüber Bescheid. Oder zumindest merken sie, dass die Zahl nicht passt. Allerdings kann hier natürlich auch Instagram oder eben auch YouTube, Facebook und so weiter eingreifen und euer Profil für immer sperren oder direkt gleich löschen, sodass ihr nicht mal irgendwie noch eine Möglichkeit habt zu reagieren. Denn das Ganze fällt natürlich irgendwann mal auf, wenn man permanent in Hunderter Schüben oder in Tausender Schüben über drei Tage hinweg verteilt, immer wieder Benutzerpakete quasi auf sein Konto lädt. Natürlich kann das sein, dass man mal durch eine Kooperation mal eine Kurve nach oben hat. Das ist dann aber nicht über drei Tage verteilt. Also zumindest nicht immer zu den gleichen Prozentsätzen. Und wenn man das Ganze automatisiert, dann fällt das natürlich auch irgendwann auf, dass da Fake hinter steckt. Und das kann natürlich auch Facebook, YouTube, Instagram und so weiter natürlich auch automatisch rausfinden. Ist ja logisch. Denn wenn hier prozentual beim Wachstum irgendwas nicht stimmt und überhaupt nicht in das, was vorher war, reinpasst, dann kann es schon sein, dass mal ein Mitarbeiter vorbeiguckt und sich die ganze Sache näher anschaut. Und wenn der dann findet, dass das hier in Schüben kommt und nicht ein normales, stetiges Wachstum ist, dann macht man euch das Konto dicht. Wie ist denn genau die rechtliche Lage? Wenn man als Influencer irgendwelche Follower oder Likes oder Kommentare kauft. Tatsächlich bleibt man hier straffrei. Es könnte in schwerwiegenden Fällen Computersabotage oder Computerbetrug vom Social-Media-Betreiber erstattet werden. Macht aber, glaube ich, keiner, weil es einfach viel zu aufwendig ist und am Ende eh nicht viel bringt. Dafür, dass man ja nur Dudu machen möchte. Und ich glaube, die größte Konsequenz ist schon, wenn man seinen Account verloren hat. Als geschäftstreibende Person, also das ganze Ding ist ein angemeldetes Gewerbe, dann sieht das Ganze schon anders aus. Sobald man mit der ganzen Geschichte Geld verdient und dann damit andere Menschen wieder täuschen möchte, wie zum Beispiel, dass man irgendwelche besseren Kooperationen bekommt mit Firmen, Gratisprodukte zugeschickt bekommt. Diese Firmen können einen dann natürlich aufgrund von Betrug verklagen. Tja, so sieht's aus. Und noch einmal der Hinweis, wer Follower kauft, braucht sich nicht wundern, wenn er keine bekommt. Es kann auch schon von vornherein Betrug sein. Grundsätzlich ist es in den allermeisten Fällen so, dass wenn man angeschrieben wird, das passiert bei mir bei Instagram eigentlich jeden Tag, dann melden sich da auch wieder nicht-deutsch sprechende Mitarbeiter. Die schreiben einen direkt auf Englisch an. Meistens sehen die auch wieder genauso aus, wie wir uns die Telefonbetrüger hier am Telefon vorstellen. Albanien, irgendwas in die türkische Richtung, schon südländisch. Also es sind selten Leute von uns aus der Region. Ist aber auch nicht auszuschließen. Auf jeden Fall ist es absoluter Mist, irgendwelche Follower zu kaufen und bringt am Ende nichts. Tja, sieht erstmal ganz toll aus, wenn der Kanal riesengroß ist, aber nützt ja nichts, wenn der Inhalt nicht passt. Man wächst ja Stück für Stück mit, mit seiner Community. Und der Meinung bin ich definitiv auch. Von daher noch einmal vielen lieben Dank für den Videovorschlag von Wiesel Mafia. Und im letzten Video, also am letzten Sonntag, gab's ja von Wiesel Mafia auch direkt einen Ausschnitt im Video. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Infovideo wieder ein kleines bisschen weiter aufklären konnte und dass niemand von euch oder eurem Umfeld auf eine dieser Maschen hereinfällt. Informiert daher alle in eurer Umgebung, dass es diese Maschen gibt. Und ja, auch für diesen Fall ist es nicht verkehrt, wenn alle Bescheid wissen, dass man bei Instagram von Fakern angeschrieben werden kann. Umso mehr Menschen wir gemeinsam darüber aufklären, umso weniger Menschen werden von diesen gemeinen Maschen im Endeffekt betroffen sein. Klar ist, dass wir nicht verstehen, wie man darauf hereinfallen kann. Klar ist aber auch, dass wir alle schützen müssen oder es zumindest versuchen. Wir können nicht alle schützen, aber man kann's probieren. Es gibt nun mal die Opfer. Teilt daher sehr gerne meine Videos auf den sozialen Medien oder direkt im Chat. Wenn euch das Video gefallen oder sogar weitergeholfen hat, dann lass doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere den Kanal, wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest. Am besten mit Glocke, denn dann bekommst du auch immer eine kleine Information, wenn es etwas Neues auf diesem Kanal gibt. Wenn du magst, dann klicke gerne noch auf das letzte Video oder schau dir doch gleich die komplette Playlist an. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.